Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten, von und mit André Christen. Und das bin ich. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Folge bei André Talkt Anderswo. Heute möchte ich mich mal meinem Untertitel widmen. Zwischen Mut und Wahnsinn. Und mir wurde am Anfang meiner Reise, als ich vor zweieinhalb Jahren losgezogen bin, oft gesagt, dass ich mutig sei. Meine Standardantwort darauf war immer, ja, gewisserweise schon, aber ich bin eben auch ein bisschen wahnsinnig, das so zu machen. Und daraus ist eben dieser Untertitel entstanden und ich will mir heute mal so ein bisschen Mut und Wahnsinn anschauen. Habe mich dazu mal ein bisschen informiert, was die einzelnen Begriffe eigentlich so bedeuten. Und wollte aber zuvor nochmal für all diejenigen, die mich noch nicht so lange begleiten, nochmal ganz kurz wirklich in zwei Sätzen quasi zusammenfassen. Warum eigentlich mutig und wahnsinnig? Ich bin seit zweieinhalb Jahren eben nur noch mit dem Wohnmobil unterwegs. Das heißt, ich lebe und arbeite aus dem Wohnmobil heraus. Ich habe keine Base mehr. Es gibt keine Wohnung oder irgend sowas von mir mehr. Ich habe zwei Anlaufstellen. Das ist einmal in Nordfriesland, meine Verwandtschaft, meine Tochter, ihre Mutter und meine Schwägerin, mein Schwager hauptsächlich so als direkte familiäre Anbindung und natürlich auch sehr, sehr liebe Freunde, wie ihr ja in der vorigen Folge mit Karin auch schon erfahren konntet. Und zusätzlich natürlich meine Heimatbase hier in Endingen am Kaiserstuhl bei meinen Eltern im Elternhaus. Und das sind so die zwei Anlaufstellen, die ich habe, wo ich mich auch gerne mal mehrere Wochen aufhalte. An beiden Anlaufstellen habe ich auch noch kleine Lager. Allerdings ist es wirklich so, dass es nur ein paar kleine Kartons sind, ein paar kleine Kisten sind, wo ich besondere Dinge aus meiner Kindheit aufbewahrt habe. Sachen von meiner Oma, Erinnerungen, erste Schallplatten, die ich nicht wegtun konnte. Den Rest habe ich wirklich alles, alles verkauft, entsorgt zum Schluss, in Sozialläden gebracht und, und, und verschenkt. Habe eben da wirklich nur noch ein paar Dinge eingelagert. Ich bin dann 2018 ja einfach losgefahren. Ich habe keine finanzielle Rückendeckung gehabt. Ich habe die Sachen, die verkaufbar waren, eben verkauft aus meiner Wohnung. Das war das finanzielle Polster, was ich für die ersten, ich sage mal, zehn, zwölf Wochen hatte. Und habe mich dann ja auch selbstständig gemacht. Stand dort auch noch ganz am Anfang. Habe so gut wie keine Einnahmen dadurch generiert. Habe eben die verschiedensten Jobs angeboten. Online wie offline. Und das war wirklich sehr mühselig am Anfang. Dazu wird es aber nochmal eine separate Folge geben. Ich habe mir damals vorgenommen, mindestens ein Jahr durchzuhalten. Und wie ihr jetzt ja wisst, sind es bereits zweieinhalb Jahre geworden. Und im Moment auch kein Ende in Sicht für mich. So, jetzt aber zu Mut und Wahnsinn. Ich habe mir den Begriff Mut mal angeguckt. Und mal im Internet natürlich geforscht dazu. Und habe bei Wikipedia den ersten Eintrag gefunden, den ich euch jetzt einfach mal vorlesen möchte. Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Und das habe ich natürlich gemacht. Gefahrenhaltig, ja, vielleicht hier und da, aber wirklich überschaubare Gefahren. Aber vor allen Dingen Unsicherheiten. Die waren auf jeden Fall bei mir am Anfang da. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Gerade auch, was die Selbstständigkeit anbelangt. Was sich ganz interessant war, dass Mut eben in Verbindung gebracht wird mit einer sogenannten aktivierenden Herausforderung. Das heißt, es muss was Aktives passieren. Wie zum Beispiel der Sprung von einem Fünf-Meter-Turm ins Wasser. Was ich übrigens nie machen würde. Oder eben die Bereitschaft, so eine schwierige berufliche Herausforderung anzunehmen, eine berufliche Prüfung zu machen. Und das war auch bei mir gegeben. Und das ist es bis zum heutigen Tag letztendlich auch. Aber, und das ist die Umkehrung des Ganzen quasi, Mut bedeutet auch, sich zu verweigern bei unzumutbaren Taten irgendwie. Also so, ich sag mal das Stichwort Mutprobe. Da einfach auch mutig zu sein und zu sagen, nee, das mach ich nicht. Oder bei der Ablehnung von Drogenkonsum oder sowas. Oder unter Gruppenzwang irgendwelche Dinge zu beschädigen oder irgendwelche Sachen zu machen, die einfach nicht in Ordnung sind. Also da sich mutig gegen anzustellen, das ist eben praktisch die Umkehrung von der Bedeutung des Wortes Mut. Und das Wort Mut fand ich auch sprachgeschichtlich nochmal interessant. Kommt aus dem indongermanischen Mo. Und das bedeutet so viel wie sich mühen, starken Willens zu sein oder heftig nach etwas zu streben. Das fand ich sehr interessant zum Thema Mut. Und dann gibt es aber auch noch so Punkte wie Mut versus Angst. Also Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern eben diese Angst anzugehen, die zu überwinden, selbstbewusst dem entgegenzutreten. Oder diese Herausforderung quasi anzunehmen. Und was ich auch spannend fand, das Zusammenbild quasi zwischen Mut und Tapferkeit. Und das war schon zu Zeiten von Platon und Aristoteles, war das nicht ein Synonym, die beiden Begriffe, sondern wirklich zwei voneinander unterscheidende Begriffe. Tapferkeit beweist man zum Beispiel, wenn man bereit ist, trotz Fehlschlägen oder irgendwelchen Niederlagen, trotzdem mit Leidenschaft und Siegeswillen zum Erhoffen Erfolg das Ganze zu bringen. Und da spielt natürlich auch sowas wie Durchhaltevermögen eine Rolle und Standhaftigkeit in so schwierigen Situationen. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Aber was ist jetzt dann Wahnsinn? Das habe ich auch nochmal nachgeschlagen bei Wikipedia und da steht dazu, als Wahnsinn wurden bis etwa zum Ende des 19. Jahrhunderts bestimmte Verhaltens- oder Denkmuster bezeichnet, die nicht der akzeptierten sozialen Norm entsprachen. Also auch das ist bei mir ja so diese normale soziale Norm, praktisch eine Wohnung zu haben oder ein Haus zu haben, da drin zu leben und montags bis freitags arbeiten zu gehen, 9 to 5, so wie das so ist. Also dieser Standard letztendlich, dass man sich da eben rausbegibt. Also insofern ist auch Wahnsinn bei mir vorhanden und der Begriff konnte damals zum Beispiel so das Wort Verrücktheit für eben Abweichungen von den Konventionen stehen. Also das, genau, das hatte ich dazu nochmal gesehen. Jetzt gucke ich gerade nochmal auf meine Notizen. Das Wort Verschrobenheit spielt da auch noch so eine Rolle, dass man, dass es da schon so als verrückt galt. Das war natürlich sehr abhängig und es ist ja heute immer noch von Regionen, Zeit und sozialen Gegebenheiten. Also das unterscheidet sich da natürlich auch zu einem großen Stück. Sprachgeschichtlich ist es so, dass das Wort Wahnsinn eine Rückbildung ist aus dem 18. Jahrhundert, aus dem Adjektiv Wahnsinnig und das gibt es wiederum schon nachweisbar im 15. Jahrhundert zu sehen und das Vorbild war das Wort Wahnwitzig und das wiederum geht auf das Althochdeutsche Wahnwitzi zurück und das Wort Wahn bedeutet eben ursprünglich leer und mangelhaft. Also so ohne Sinn und Verstand und das war bei mir am Anfang auf jeden Fall so und auch heute gibt es solche Situationen, die einfach ohne Sinn und Verstand sind, die ich einfach mache. Und genau, das ist so im buchstäblichen Sinn ist mein Leben verrückt. Also hat sich einfach in andere Dinge entwickelt. Also somit denke ich, für mich passt die Aussage zwischen Mut und Wahnsinn wirklich gut. Das habe ich vorher schon so empfunden, aber jetzt als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe und ein bisschen was gelesen habe dazu, finde ich passt das total. Es ist von beidem was dabei und ich bin mal gespannt, was mir so noch an mutigen und wahnsinnigen Geschichten passieren wird, beziehungsweise welche Geschichten davon ich euch, die ich bereits erlebt habe, noch erzählen werde. Und da dürft ihr auch gespannt sein drauf und zusätzlich auch gespannt sein auf die mutigen und wahnsinnigen Gäste, die ich haben werde. Also da laufen schon viele Gespräche in Vorbereitung. Ich habe auch schon noch andere Interviews bereits schon aufgenommen, die es jetzt in der Launchphase auch für euch zu hören gibt. Und wenn du jetzt aber eine Idee hast zu einem Gast, der eine mutige oder wahnsinnige Geschichte zu erzählen hat oder du selbst Lust hast, hier im Podcast Gast zu sein, dann melde dich bitte bei mir. In den Shownotes findest du dazu sämtliche Möglichkeiten, wie du mich kontaktieren kannst. Ich bin da sehr offen und freue mich natürlich, wenn ich da von dir, von euch Vorschläge dazu bekomme. Ich hoffe, ich konnte euch heute jetzt so ein bisschen was über meinen Untertitel zwischen Mut und Wahnsinn mitgeben. Auch die Begrifflichkeiten Mut und Wahnsinn so ein bisschen erläutern in Kürze und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wäre toll, wenn du die Show bei iTunes abonnierst. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Unterstützung.